Sebastian, schön sehen Sie wieder. Wie geht's dir? Ich bin okay, ich bin okay. Es ist schön sehen Sie. Es war ein langes Mal vorhin, also ich konnte nicht allen sagen, aber ich konnte sie wieder sehen. Wie ist die Premier League in comparaison mit der Bundesliga? Es ist eine schöne Kompetition, es ist wirklich schön. Es ist die größte Beziehung im Weltall, also natürlich ist es großartig. Aber es ist vielleicht besser mit mehr Intensität und stärker in den Duellen. Und du hast einen guten Start in dieser Saison mit West Ham United? Wir hatten einen guten Start. Wir sind jetzt nicht in einer wirklich guten Position, aber es ist passiert jetzt im Fußball. Wir müssen nur zusammenarbeiten und zusammenarbeiten. Und wir kämpfen, um bessere Spiele zu spielen. Wie war es, deine Kollegen von Frankfurt wieder zu sehen? Es war schön, wir wurden wirklich Freunde. Es war schön, sie zu sehen und ich wünsche ihnen guten Glück für heute. Hast du noch Kontakt via WhatsApp? Ja, natürlich. Wir sprechen immer zusammen. Wie ist es in London? Schön, schön. Es ist mehr als eine große Stadt. Du kannst alles machen, was du willst. Alles ist leichter. Auch wenn der Trafik unglaublich ist. Aber es ist gut. Hast du Frankfurt auch ein bisschen? Ja, natürlich. Frankfurt ist wie mein Haus, wie Familie. Ich denke manchmal über Frankfurt. Ich hatte einen guten Zeitpunkt. Deswegen bin ich heute hier und wünsche ihnen guten Glück. Was denkst du heute Abend? Wird es schwer für Eintracht gegen Arsenal? Ja, natürlich. Aber es ist normal. Es ist Arsenal, es ist ein großes Team. Aber ich glaube in Frankfurt. In der letzten Saison haben wir auch gute Dinge gemacht. Sie können es machen. Danke, Sebastian. Vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute.